Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Mindstorm News. Und zwar wollte ich erstmal nochmal darauf hinweisen, dass ich momentan einen Baukontest am Laufen habe zu meinen 250 Abonnenten mit dem Thema weihnachtlicher Helfer. Und falls du davon noch nicht gehört hast, findest du auch einen Link zu einem Video darüber in der Beschreibung. Du kannst dabei einen S-Brick von Vanguard gewinnen und du darfst mit eigentlich allen Mindstorms, die bisher so auf den Markt gekommen sind, mitmachen. Also ein NXT, RCX und EV3. Vor kurzem wurde eine Konkurrenz zum Lego Mindstorm EV3 gekündigt. Und zwar handelt es sich dabei um das EVB, das ist ein Sensorshield und Muttershield für den BeagleBone Black. Der BeagleBone Black ist ein Mikroprozessor, so wie der Arduino Uno und der Raspberry Pi, der von Hobbyleuten programmiert werden kann. Oder von Hobbyleuten programmiert werden kann. Dabei soll sogar die originale EV3-Firmware bzw. eine veränderte Version davon auf den BeagleBone Black laufen. Der Shield erweitert den BeagleBone Black um vier Sensor und vier Motorports und hat noch ein paar weitere Sachen. Zum Beispiel gibt es auch ein Display und auch einen Richtungsschalter und noch eine weitere Taste. Übrigens ist der BeagleBone Black billiger und sogar mit dem Shield noch billiger und leistungsstärker als der EV3. Aber der BeagleBone Black unterstützt kein I2C, das heißt, dass einige Sensoren von Hightechnik und von Mindsensors usw. nicht mit dem BeagleBone Black laufen werden. Ich werde auch nochmal den Link zur Kickstarter Kampagne in die Beschreibung packen. Falls es dich das ganz interessiert, kannst du dir das ja mal angucken. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Jetzt kommt noch ein weiterer Hinweis in eigener Sache. Und so habe ich vor kurzem ein Tutorial für Monobrick bzw. wie Sharp entwickelt und veröffentlicht, das vor allem Neueinsteiger dabei helfen soll, den EV3 mit der Monobrick-Firmware zu programmieren. Dabei gehe ich auf die meisten wichtigen Sachen ein und das Tutorial ist mir nicht umfassend. Momentan ist es nur in Deutsch verfügbar und ist ja ganz gut, wenn du es vielleicht testen könntest, damit ich da vielleicht noch ein paar Verbesserungsvorschläge drinnen umwandeln kann, bevor das Ganze dann noch weiter verbreitet wird. Also den Link dazu findest du auch in der Beschreibung. Ist ja ganz gut, wenn du das mal angucken könntest und wer weiß, vielleicht hilft es dir ja bei dem nächsten Projekt. Bereits zu ein paar Wochen wurde Robot C 4.2.7 released. Also sozusagen eine neue Version der Firmware für Robot C. Robot C ist eine kommerzielle, also eine kostenpflichtige Variante, den Lego Mindstorms EV3 und auch für den NXT und für den RCX die NC zu programmieren. Und ich persönlich habe damit nicht so viel am Hut, weil das Ganze eben kostenpflichtig ist. Aber vielleicht gibt es ja auch einige Robot C Nutzer unter uns. Und außerdem benutzt du auch einige Schulen Robot C. Und die bisherigen Releases waren alle relativ unvollständig bzw. fehlerhaft. Und jetzt gibt es eine weitere Version, bei der aber auch bei weitem noch nicht alle Fehler behoben wurden. Und damit können wir auch schon wieder zur letzten Nachricht von heute. Und zwar sind die Mindbots wieder da. Das ist, soweit ich weiß, die größte Lego Mindstorms Community im Internet, bzw. das größte Lego Mindstorms Forum. Vielleicht ist das originale Lego Forum noch das größte. Aber zumindest danach kommen die Mindbots, die glaube ich Anfang des Jahres offline gegangen sind, womit auch einiges an Wissen verloren gegangen ist. Aber jetzt sind sie wieder erreichbar, und zwar unter forums.mindboards.net. Einen Link dazu findest du auch in der Beschreibung. Das Forum ist übrigens auf Englisch. Das heißt, du solltest Englisch können, bevor du da irgendwas schreibst. Also das war es mit dieser News-Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du noch irgendwelche Fragen zu irgendwas hast, oder wenn du noch weitere News hast, kannst du sie mir gerne in den Kommentaren schreiben. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.